Hallo und herzlich Willkommen zurück. Wir gehen ins Bett. Natürlich haben wir den 22. Tag im Frühling, Jahr 1. Ich habe ein paar neue Gegenstände auf Lager. Eine Luxusangel und Köder, die du daran anbringen kannst. Du kannst Köder nutzen, damit Fische schneller anbeißen. Hoffentlich sehe ich dich bald, Willi. Ja, ist ja toll. Das ist ja schön. Ich würde mich freuen, wenn meine Ware hier... Warum habe ich denn... Ich dachte, der zieht immer zwei ab. 47, 45... Hatte da schon einen abgezogen? Nein, nicht immer. Ich brauche nur einen. Egal, wir gucken gleich mal nach unserem kleinen Brownie. Und... Ich habe mir schon überlegt, wie wir das mit den Feldern machen. Denke ich mir, würde ich meinen Tag erstmal vorher, wenn jetzt alles abgeerntet ist, Zeit nehmen. Und mir die Felder richtig anlegen. Ich denke mal, ich werde nochmal neun Felder machen. Dazwischen... Immer wieder mal Steine legen. Heißig Bauchstein. So. Ich gehe nochmal nach unserem kleinen Brownie. Oh, das ist schon wieder schön. Das ist bestimmt wieder Leben. Na, war ja klar. So. Da ist schon... Oh. Da ist schon... Ich glaube, schon wird dazugewachsen. Heißt, wir können sie rauslassen. Hallo. Boni, möchtest du raus? Ja, dann komm mal. Wir dürfen nur nicht vergessen, wieder reinzumachen. Das ist kein Problem. So. So. Steine. Wir brauchen Steine. Ich brauche hier so... Pflasterstein. Ein Stein. Hm. Ich nehme die hier von... Ein Stein. Ja, ähm... Wir wollen uns schon mal schön drauf vorbereiten auf den Sommer, der jetzt bald kommt. Und... Deswegen nutzen wir da erstmal die Gelegenheit, hier die ganzen Sachen wegzuräumen. Wir brauchen vielleicht 20, 30 Steine. Damit wir das schön machen können. Oh, Cola. Ja, Cola ist natürlich auch Töfle. Die haben wir natürlich auch gut gebraucht. Wir brauchen immer mal Geodere. Die haben wir natürlich nicht so gut gebraucht. Auch noch eine Kohle. Ich brauche die Steine. Ich glaube, wir kriegen mehr Kohle hier raus, als irgendwie in der Mine. Dann, wenn wir noch keine... Irgendwas wollte ich da noch. Irgendwas. wir haben wieder gekriegt unser hof auch richtig schön machen fünf holen jetzt schon gemacht also es ist man ist denn hier diese kleinen dinger ständig haben wir schon 56 noch erst mal 30 machen ja auch immer neun mal neun felder natürlich hier das möchte ich so erst mal überlegen spielte dann noch 123 und hier was dann würde ich hier mal was hinkommen ok ne das sind vier ach ja wenn man ein bisschen das wäre dann so 123 und dann wäre das hier 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 ich glaube wir brauchen doch ein bisschen mehr als angegeben das denke ich weg kann ich nämlich hier ja da muss natürlich jetzt erst mal warten kommt hier einer hin und hier passt ja das heißt denn das so aufgemuschelt ist doch das tun wir noch ein das tun wir an die geode tun wir rein kisten machen auch noch ein paar was ist er weiter muss ich eigentlich nur warten bis ich kann auch nicht schlafen gehen weil du gehst nicht rein nicht dass dir was passiert kann ich dich irgendwie reinschubsen komm komm geh da rein geh, 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 geh geh, los geh da rein geh doch da rein mensch das ist so doof dass man diese Tiere nicht reinschubsen kann ins Verderbnis jetzt muss ich leider warten ich kann ja jetzt nichts machen ich hab keine energie mehr ich kann ja jetzt echt nichts machen geh doch rein da ich glaub um 17 oder was bewegen die sich rein groß hat er schreien ist der groß hat er jetzt gestorben also laut im brief nicht Hühnchen dich da rein doch noch ganz viel Dünger für wir müssen ja langsam sparen ich kann das machen wir ja mit dem 2.000 2.000 brauchen wir auf jeden Fall du bist drinnen gute nacht so ähm mal ausschlafen gehen sonst bringt das nichts wir haben wie immer 1 2 3 4 Felder haben wir dann ähm ich denke ich werde noch ein zusätzliches Feld machen ich schau erstmal 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 gehen wir schlafen schlafen wieder noch nichts gekriegt schade so wir gucken einmal Wetter bricht morgen wird das klar und sonnig perfektes Wetter für das Blumentanz um ich hab kein Partner das fährte ich morgen treffen wir uns für den jährlichen Blumentanz wenn du einen Partner findest kannst du vielleicht sogar selbst an Teil zu teilen im Westen der Stadt ist eine kleine Lichtung wo wir den Tanz abhalten werden kommt zwischen 9 und 14 Uhr wenn du dann interessiert ist Bürgermeister Lutz ich denke mal da nein ich will die nicht essen das Gute ist ich kann mich jetzt schon mal auf die anderen Sachen konzentrieren vielleicht Steine nochmal fahren ähm vielleicht kann ich auch noch ein bisschen mit Fischen gehen jetzt mal hier die restlichen Sachen gießen ob die Bohnen jetzt wird werden weiß ich nicht hier sind auch Kartoffeln fertig muss man eben nachdenken wie viel Dünger ich brauche ja neun achtzehn siebenzwanzig ich guck mal eben erstmal mach ich das hier weg kann ich nämlich die Sachen schon mal hinsetzen habe ich das nämlich schon mal auf jeden Fall noch Steine Steine die sind wichtig sechs Stück sechs Stück habe ich noch vier fünf sechs das hast genau gepasst okay wir brauchen sieben vierzehn 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 neun ach wie komm ich denn auf dem sieben neun acht sieben sechs äh fünf vier vierundfünfzig Wir müssen auf jeden Fall eine Bäume und Steine hacken. Ich denke mal, wir machen erst die Steine und dann gleich die Bäume. Ich gehe erstmal zu meiner Brownie. Brownie ist bestimmt hier drin. Hallo Brownie. Hast du schon ein Herz? So, du kannst doch ein bisschen raus. Ja. Wie viele Steine wir noch brauchen? Ich nehme jetzt erstmal die schon vorhandenen. Ich glaube, die brauchen ja gar keine Steine. Ich nehme erstmal die. Fällt mir gerade mal auf. Wir gehen erstmal zu den Herren von Peer und verkaufen das jetzt erstmal. Ich glaube, für den Sommer können wir noch nichts kaufen. Das licht natürlich nichts. Na, gucken wir mal. Den habe ich übrigens auch noch gar nicht angedrückt. Hä? Wer bist du denn? Ist ja nicht da. Der kann sich bestimmt nicht rein, ne? Wer weiß, ob ich noch so ein Glas habe. Einer fehlt. Sexy Krankenschwätzer. Dann beginne erstmal. Am Dienstag. Okay. Am Dienstag. Ich habe für dich Sachen. Sachen, die ich gern verkaufen möchte. Milder. Mehr richtig. Das, das, das. Das, das, das. Ups, was war denn das jetzt? Neuer Vollbrünstabe. 15.000. Ich denke mal, das sparen wir jetzt erstmal, weil ich gar nicht weiß, wie teuer die anderen Sachen sind. Wenn wir da jetzt die ganzen Sachen ausgeben. Ähm, das nehmen wir mal hoch. Auf jeden Fall viel Dünger. Ich weiß noch nicht, wo ich das Geschwindwachs einkategorieren soll. Natürlich nicht dahin. Hallo, kleiner Waufi. Ich kann das auch noch hier unten machen, ne? Mache ich den erstmal weg? Den erstmal hier weg. Auch weg. Ich denke mal, 21 dürften ja reichen, oder? Das geht natürlich hier nicht, ne? Ja, Baumstamm. Die müssen wir auf jeden Fall woanders hinstellen. Und die können wir dann hier so zwischenstellen. Denke ich mal. Das haben wir jetzt erstmal alles verbraucht. Tun wir noch ein bisschen Holz hacken. So, ein paar Sepplinge für den Dünger. Noch ein paar Eichen, oder so. Holz brauchen wir ja sowieso, also es ist ja nicht schlimm, dass wir die abholzen. Ah. Ah. 13 Uhr. Schau ich da noch? weg unter 13 wir haben 36 dünner raus brauchen wir immer ach doch wir hatten 36 jetzt können wir erstmal nur kurz warten das sind 1 2 3 4 5 6 7 8 81 und 80 stimme bei der ein brauche ich vielleicht keine dinge aber hier werde ich zwar mal immer das drama das dinge machen ich denke dass ich weg machen egal bis das kleine hühnchen ins bettchen geht 20 minuten wollte ich eigentlich nicht um die tage strecken sich dann durch das kleine hühnchen immer so in die gänge hallo 288 g 288 g ist jetzt langsam reingehen ja das war noch zwei drei stück kaufen uns regnet das ist ja toll so wir sehen uns dann morgen gute nacht so und an dieser stelle sage ich jetzt erst mal dankeschön fürs zuschauen und wir sehen uns dann bei der nächsten folge wieder wir haben noch übrigens eine stufe wir können zapfhahn herstellen so bis dann tschüss so 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 Untertitelung des ZDF, 2020